Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Moin. Ich glaube das erste Unboxing-Video bei uns auf dem YouTube-Channel. Du wolltest es. Oder haben wir das schon mal gemacht? Ne. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ihr seht hier kleine, knallharte Fakten aus Amerika. Ging eigentlich noch relativ schnell. Ja, fünf Tage. Die fehlenden Teile für Tom Supra. Ich weiß nicht, ob hier das der Auspuff ist, der zu Ende gebaut wird. Nein, das ist einmal komplettes Antriebsschlangenpaket, ne? Ja. Von? Du wärmerst. Für? Wie für? Für was? Ja, also nicht, ihr habt den Titel gerade schon gesehen. Das ist nicht gerade das kostengünstigste Paket hier. Ne. Das ist eigentlich alles, was geht. Außer, dass es halt synchronisiert ist. Das es gleich gibt, was er in seiner sechs Sekunden super fährt. Wir blenden hier auf jeden Fall schon mal ein Video von dem Auto ein, damit ihr mal wisst, was der Fahrer ist. Renners ist so der, ich sag jetzt mal so mit der größte Supra-Tuner in Amerika auf jeden Fall, ne? Ja. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, klickt mal auf den Link und konfiguriert euch mal einen Supra-Motor bei ihm im Onlineshop, weil du kannst da wirklich von 800 PS gefühlt bis 3000 PS den ganzen Motor zusammenstellen, ne? Ja. Ja. Und kannst den ganzen Motor für 50 mit allem bestellen. Das hier sind aber in Summe? 24. 24. Ja. Mit Versand, ohne Versand? Mit Versand. Ja, das klingt jetzt erstmal exorbitant. Ich muss dazu sagen, du kriegst das originale Getriebe, kriegst du schon 8 bis 10 verkauft. Ich hab für den ganzen Antriebsstangen 13 gekriegt. Somit rechst du da noch 11 drauf und hast dafür Bulletproof. 13, hast du schon Plus gemacht beim Auto, ne? Und es gibt für die Organe keine Ersatzteile mehr. Das kommt noch dazu. Und ich wollte einfach keinen Stress haben. Das hier ist noch, das ist aber von Kumpel. Das habe ich da jetzt nur drin. Das ist V160. So, nochmal 13. Bis hier aber 24. Nein, jetzt muss man dazu sagen, ihr wisst ja noch gar nicht, was das hier alles ist. Nur mal so grob. Ich sehe da auf jeden Fall Kupplungen, Drive-Shift-Stoff, Antriebswellen, Kardanwelle, Differenzial, Getriebe. Ja. Und Glocke auch noch. Also, das ist wirklich einmal von vorne bis hinten alles. Mit Schaltung. Genau. Mit Geberzylinder und all so einem Quatsch, einen größeren und Leitungen und allen Scheiß. Volles Programm. Volles Programm. Ja, 24. Bleiben einfach 24. Aber, wenn das wirklich eine Lösung ist, die am Ende 1500 PS Bulletproof. Also, er sagt 200.000 PS Hälter sind. Ja. Oder er selber. Und dann? Für TÜV reicht. Und ist H-Geschaltet, ne? Für TÜV. Wie wollte ich ja sagen, für Nordschleifer und TÜV reicht das. Für H-Geschaltet. Na, pack du mal aus hier, dein Karton. Nein, du hast doch das keine Messer. Bei Greners im Shop gibt es verschiedene Getriebe, ne? Genau. Das ist jetzt, was für ein Hersteller ist das? Trimming, glaube ich, so wie es draufsteht. Weil, das Witzige ist, das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, das ist jetzt kein Billet vollgefrästes Getriebe, sondern das ist eigentlich ein Standardgetriebe, was der passend modifiziert. Aber was halt dafür bekannt ist, dass... Genau. Der lässt da ran. Der lässt da Glocken verriesen richtig. Oh Gott, doch, Billet. Koste ich gar nicht. Oh nein, es ist das voll orange. Hilfe, ey. Passt zum Auto, will ich sagen. Ja, ja. Alter, aber die Anfüße, die Eingangschwelle sieht schon geisteskrank aus. Okay, das hier sieht nach der Lüftung aus. Jawohl. Ah, das ist so eingeschäumt. Das können wir so hoch. Oh, danke. Und noch ein bisschen rot. Also mit Farben haben es die Amis nicht so immer. Nee, mit Geschmack nicht. Oh, rauskriegen einfach. Kannst du da so reingreifen? War gar nicht so schwer, hab ich gesagt, ne? Soll ich es hier durch? Ja, ja. Wenn man es anfüllen stellen, was soll passieren? Dann passieren sie ja nur 24, ne? Haftlich regelt. Haftlich regelt. Also. So krass sieht es nicht aus, ne? Ja, wobei man darf nicht vergessen, aber guck mal, geil, sogar mit Temperaturaufkleber, ne? Wie warm es wird. Man darf halt immer nicht vergessen, dieses Getriebe jetzt gerade, sind ja wirklich nur sechs Gänge. Ja. Da ist ja kein Differenzial drin, weder vorne, hinten, noch ist ein Querdifferenzial links, rechts drin, sondern einfach nur gar nichts. Also es geht ja wirklich nur rein, es geht ja einfach nur rein, du hast hier die sechs Gänge übereinander. Ja. Das ist ja wirklich nicht viel. Und hier wird man nochmal einmal wahrscheinlich eine Untersetzung oder so drin haben. Alter, aber im Orangen ist schon Vollbaustelle, ne? Finde das nicht so? Alter, brutal, wirklich. Geht gar nicht. Du kannst am liebsten voll ran. Was ich allerdings, was ich ganz cool finde, ist, dass es vom Stil her mit den Schrauben wieder so ein bisschen Supra-like ist, ne? Weißt du, weil du hast ja bei Supra auch, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die Schrauben, die so ein bisschen geiler und anders aussehen, ne? Das ist auch ein Sechsgang. Das Sechsgang, ja. H-Geschaltet. Synchronisiert. Synchronisiert, okay. Und Übersetzung konnte man sich auch raussuchen. Ja. Okay, aber die Welle ist halt hier schon eine Ansage, ne? Ja, die ist schon ein bisschen dicker. Und weißt du, ob diese Welle, ist das jetzt die Originalwelle von der Getriebe, ne? Ach so, von der Getriebe, das kann ich dir nicht sagen. Das wird ja komplett alles bauen, ne? Weil guck mal, eher sogar poliert, ne? Ja, die Gangräder sogar auch, das ist ja das, was die meisten mal nicht machen, ne? Warum die mal nicht halten? Die haben wir stumpf gefräst und dann laufen die sich ja ein. Der poliert die richtig noch, die Gangräder. Vergoldet auch noch? Ne, das nicht. Ich weiß nicht, wir zeigen euch mal dieses Video nicht, aber ihr könnt ja mal bei Tom bei uns hören und gucken, wie es aktuell so im Motorraum aussieht vorne. Ja, also klar, verstehe ich. Also auch das Rot, ne? Das wird noch am einfachsten sein, anzupassen. Kannst du eigentlich nur abkleben, lackieren, ne? Oder so lassen. Also, ich sag mal so, zu dem braunen Auto passt das Orange immerhin noch, ne? Ja, man kann sich das auch schön reden, ne? Alter, aber die Welle ist natürlich... Klimmeres, ne? Das ist jetzt natürlich Meckern noch vorne hier hoch, aber... Mittlerweile, wenn ihr so viel Mühe gegeben hast, kann ich das gleiche bestellen, wenn ich für den Barren rausgebe. Aber ich muss los. Ich muss los. Das ist ja noch mal drin, ich weiß nicht. Wie viel, äh, was kostet das? Gibt es 4 über 1 immer von? Das hättest du fast 1 zu 1 tauschen können, ne? Preiswesen? Nee. Sogar 2 passen gekriegt, glaub ich. Die sind gar nicht so teuer. Das ist halt nur, weil es das Größte ist. Das ist dann irgendwie ein Tausender oder so, ne? Heißt das? Das ist GR 1200 sogar. 1200? Jawohl. Ne, willst du vielleicht doch passieren? Aber die Amis fahren da 4 mal rum, oder wie? Jaja. Guter, Alter. Da mit Silikonstolche schneiden, ist der Game Changer. Oh, hier. Oh, fällts schon an. Perfekt. Alter, die sind brutal teilweise, ne? Ja, das hättest du halt an mich nicht. Hoffentlich könnte ich es nicht übersetzen. Oh, ich hab's doch nicht auch gehabt, ne? Ja. Alter, Chef. Ja, okay, jetzt kann man vielleicht noch vom Verbrauch kommen. Ja, der weiß. Nico, musst doch mal rein filmen, hier. Film doch mal rein. Jo. Wobei, ich muss dazu sagen, das Ding ist ja schon einmal, mal durch den Zoll gegangen, ne? Naja. Ja, durch alles halt, ne? Einmal durch den Zoll. Da war es auch nicht mit dem Looping geflogen. Ne, durch den Zoll und ich würde es nicht ausschließen, weil auch so... Aber so in eine Tüte kann man es doch trotzdem packen, oder nicht? Boah, könnte man. Könnte man. Weil guck mal, so einzeln, wie hier das Diff drin liegt, brutal, ne? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass das nicht da schon einmal raus war, ne? Weil guck mal, das andere war so krass eingelegend. Wollen wir wetten? Ich wette mit dir, das haben sie für einen Zoll einmal rausgenommen, das war genauso eingeschäumt wie das Getriebe. Das könnte man natürlich sagen, ja. Was denn? Ich sehe auf jeden Fall, du wirst noch einmal losfahren. Ich? Mhm. Warum? Weil das noch leer ist, ne? Dann wird das dann wieder mal drin sein. Ja, ja, nee, klar. Das wird schon dann mit dabei sein, aber das muss halt eingemessen werden, ne? Ja, das noch rein. Weißt du, das können wir jetzt nicht einfach hier so selber zusammenstehen. Das muss Fachmann machen. Dann müssen wir noch einmal zu Westwood oder so fahren. Das ist aber geil, guck euch das mal an. Vor allem, das sind hier mal locker eben 6, 7 Millimeter Zoll, ne? Mhm. Ist auch ein dezent großes. Also das größte, was es gab, 9 Zoll. Und das passt aber so alles hier? Ja, ja. Das ist halt der Wahnsinn für Supra. Das war früher schon immer so, was man für die Autos an Teilen kriegt, ne? Weil überleg mal, du kaufst ein komplettes Kit. Passend. Getriebe, Kupplung, Kardanwelle, Diff. So, ne? Überleg mal, wie lange man da sitzt, bis man das alles passend hat, ne? Ja, vor allem, überall immer wieder Limo. Fängst du an, in irgendeinem Freund zu fräsen. Ich hätte gedacht, dass sie das zusammengebaut haben. Ja, das hätte ich eigentlich auch gedacht. Muss dazu sagen, dass mein Englisch nicht so das Beste ist. Und ich einfach geschrieben habe, jo, jo, jo. Alles, was geht. Mach fertig. Schicke an. Äh, ja, ja. Was ist der letzte Preis? Warte. Das ist ja schon. Aber das hier ist schon, das ist schon ein massiver Prügel so, ne? Hätte man noch irgendwas dazu nehmen können, was du nicht genommen hast? Nein. Geil. Sympathisch. Gab es da irgendwie Rabatt drauf oder wie machen die Amis das nicht, ne? Ja. Da gab es nicht Rabatt drauf. Also nein. Ja. Das sieht nach Adapterplatte raus. Ah, merke ich, aber selbst sowas kostet halt schon immer 600 oder so. Da lässt sich auch gießen. Das ist krass. Schon grad. Tiefdon. Ja. Ach krass, aber komplett durch alles, ne? Ja, genau. Hier mit Zylinder, Behälter. Das heißt, du kannst theoretisch auch, übertrieben gesagt, fast eine Automatik oben bauen, ne? Da fehlt nicht mehr viel. Nur das Pedal wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. I don't know. Automatik? Nein. Wenn du ein Automatik-Auto hast. Ach so, ja, ja, klar. Das kannst du einfach zu bestellen. Also das musst du ankreuzern. Jetzt das Pedal auch noch bestellen können, ne? Ja, das Pedal kann auch. Weil wir haben hier den Geberzylinder für die Kupplung. Das ist ja der Nehmerzylinder. Der Nehmerzylinder ist in dem Fall, das hätte ich bei Lumo auch gerne so gebaut, zentral. Das heißt, man drückt schön zentral auf die Kupplung. Und aufklebern. Und aufklebern. Richtig. Auf alle aus dem Auto. Dieses Teil sitzt über der Eingangswelle auf dem Getriebe. Und drückt halt genau mittig auf die Kupplung. Und man hat halt so den Vorteil, dass es einfach schön gleichmäßig gerade auf die Druckplatte drückt. Und die Feder kreisrund gleich entspannt. Alles andere mit einem Umlenkhebel ist halt immer so, dass man seitlich schräg auf die Eingangskupplung zieht. Hier die Glocke drin ist, was ist da drin? Also ich hab ein bisschen Schiss gerade, dass die Sperre fehlt. Nochmal kann ich nicht warten, Alter. Weil ich muss schon auf dich warten mit dem Auspacken. Ey. Ey, die halbe Stunde. Die halbe Stunde. Das war heute erst angekommen. Ja. Wann warst du hier? Eine halbe Stunde später. Okay, guck mal. Jaja, genau. Dann lässt du richtig selber gießen und so. Aber der ist schon cool, weil es halt am Ende schön Plug and Play aussieht. Ja, richtig schön Plug and Play in Orange, Alter. Ja, okay. Das ist die einzige Farbe hier. Selbst mit dem Halter drunter. Ja, genau. Also das änderst du noch? Sagst du? Ja, ich kann das jetzt nicht auseinanderbauen. Ich krieg nie wieder zusammen. Weißt du, wer da noch fährt? Gar nicht. Rückwärts wahrscheinlich. Wenn ich das auseinanderbaue. Das ist eine Vollkatastrophe. Aber eigentlich auch sympathisch, dass du das Auto umgebaut hast, auf Schalterung genau einmal hier am Block zu fahren, ne? Ey. Und dann wieder zu zerlegen. Pass auf, das Problem ist, wenn du mit diesen Menschen zu tun, das war der größte Fehler in meinem Leben. Die Geschichte, über die wir uns kennengelernt haben, wird ja bestimmt nochmal erzielt, wenn ich fünf Promille nachhabe. Ne, wenn du heiratest, dann erzähle ich dir. Ich werde zu sicher sein, wenn du heiratest. Das war krass. Gut, ich werde niemals heiraten. Ich werde mit Wehmeyer so eine Rede vorbereiten. Die Rede wird live gehen. Die Rede wird live gehen. Huch, huch, du kleine Schlampe. Aber so war hier scheinbar aus Chromo, ne? Ja, ja. Das ist ja so richtig für, ähm... So auch qualitativ hier. Schon cool. Mit den ganzen gekanteten Teilen, schön mit langen Löchern geschweißt. Weil es relativ leicht ist auch, ne? Finde ich. Vorhin hier. Da hab ich einfach nur eine Naht drauf gelegt, sondern auch noch ein kleines Stück. Da hätte auch noch nach Hause Kerst kommen können. Mhm. Irgendwie würde ich sagen. Wird so schwer ergeben, ne? Da muss noch eine Sache mal gucken. Wo ist das eher hier? Please read before installation. Das ist für mich als, äh... All in one wiring, Hans. Wie gerade so deutsch kann und nicht perfekt in Englisch. Alter, mit Bluetooth! Alter! Alles ist viel besser mit Bluetooth. Das ist, glaub ich, auch so für Rückwärtsgang und so'n ganzen Quatsch. Nee, das ist, äh... Das ist ein Converter für dein Tacho. Das heißt, das Ding macht quasi dein Tachosignal, was herauskommt, passend zu das, was dein Auto braucht. Dann kannst du dir halt so programmieren. Was aber eigentlich theoretisch Latte ist für mich mit freier Spritze, oder? Nee, ist genau richtig, weil für TÜV, ne? Darfst du ja keine Abweichung haben. Und da das ja alles eingetragen wird hier, kannst du es so reichen und konfigurieren, dass es am Ende das richtige zeigt. Nee, selbst dein Tacho braucht ja ein Signal. Ja, ja, ist ja schon richtig. Aber ich dachte, dass es egal wäre und du passt dann einfach irgendwie an auf. Ja, klar, das würd schon gehen. Soweit war ich noch nicht mit dir. Nee, nee, doch, doch, das würd schon gehen. Aber das ist für... Ja, nein, nee. Es geht ja nicht ums Steuergerät, sondern dein Original Tacho. Ja, aber ich dachte, ich stehe das Steuergerät an, weil das so krass wird. Nee, ganz oft ist es so, bei älteren Autos, dass der Tacho nicht einfach nur das Signal 200 kmh kriegt, sondern der Tacho kriegt eine Frequenz. Ach so, okay. Und diese Frequenz muss halt passend ausgegeben werden. So, und das kann dieses Teil und ist dazu halt noch... Jetzt weiß ich auch, was die 200 Dollar waren für Billet irgendwas. Ja, aber ist aber schon Gold wert. Ja. Für Kupplung. Mehr Scheiben beim Einbau. Ist auch nur zwei Scheiben. Ah, da ist ein Schuh draus. Meinst du, dass ich die Scheiße nochmal verzinkt lassen? Nö. Das ist auch scheinbar so ein bisschen Spacer dazwischen nochmal. Also guck mal, der muss ja hier... Jetzt so rankommen. Das macht ja keinen Sinn. Da kommt es ja echt... Nee, so macht es keinen Sinn. So. Aber gefühlt müssen die hier raus und da durch. Ja, genau. Ja, umpressen würde ich jetzt auch nicht kriegen drauf. Ja, aber nee, das kann gar nicht so, weil dann würde es da anliegen. Hm. Guck mal, wer noch. Freiflexen. Freiflexen. Hohoho. Hier aber. Hier. Hm. Ja, keine Ahnung. Die schreibe ich nochmal. Ja, oder vielleicht brauchen wir das Teil. Du meinst, das schickt mir zu viel los? Aber ich habe es ja direkt genau für Supra bestellt. Also es gibt es noch für LX7 und also ein Quatsch gibt es ja auch noch. Nein, ich meine nicht, dass das so eine Platte ist für Getriebe zerlegen und so. Weißt du, kannst ja in den Schraubstock schweißen oder so. Weißt du nicht alles. Weil, Goa, du hast ja hier genau die Bohrung. Ja. Das kann aber auch schon was, finde ich. So richtig selbst gegossen mit eigenem Logo drin. Da stelle ich also richtig drauf. Vor allem auch wie. Auch sein Orange. Von der Größe her, weißt du? Ja. Das ist aber auch geil, weil die meisten, du baust erst das an, dann Kupplung und dann baust du das restliche Getriebe an. Das ist dann viel geiler zu montieren. Erste Frage schonmal. Hat dein Motor ein Pilotlager in der Kurbel? Ja. Ach du? Okay. Also ich hab's noch nicht drin. Ich hab ein neues Degen, weil ich hab's noch nicht reingemacht. Weil ich weiß noch mal, wie weit das raus steht. Ja genau. Schaltung. Vielleicht ist auch noch ein Pilotlager mehr drin. Ne. Lager, sieht aus wie ein Lager. Hier das Pilotlager. Ja genau. So, als nächstes. Triff. Ich muss, dass ich's geklärt haben in meinem Kopf. Das sind wie Weihnachten, ne? Wirklich. Nur, dass es zu Weihnachten nichts für 24 gibt. Riecht aber auch weh. Die 200k Supra. Ich glaub, es kann sich keiner vorstellen, was dieses Auto für mich bedeutet. Das ist für dich wie die Limo. Die alte. Ich glaub, er ist das Auto eigentlich noch gar nicht so lange. Ne, aber super. Schon immer mein Traum. Also ein absoluter Obertraum. 100% war das andere auch so eingepackten. Die haben beim Zoll... Ich glaub auch. Das ist komische geschweißte, lackierte Dinger. In Altmetallschrott. In Altmetallschrott. Was bestellt ihr da für einen Scheiß? Das werden sie ja auch so eingepackt haben. Ah. Okay, verstehe. Mhm. Jetzt macht's auch Sinn. Das sieht aber... Okay. Weil du ganz genau weißt, dass es schwer ist. Warte, warte. Ich helf dir. Junge. Na ja. Setze ich auch gerade. Oh Sorte, ich muss hier mitkommen. Achso. Achso. Ne, ich wollte es da auf die Kante einfach nochmal stellen. Da war ich gerade noch nicht genug im American Style. Das ist das eigentliche Diff. Ach, das ist der Halter. Das ist eigentlich nur noch eine, wie soll ich sagen... Ah, noch noch? Ja, ne, der Verschlussdeckel übertrieben gesagt. Ah, okay. Da sind halt schon noch die Flanchen dran. Aber das ganze Diff mit dem ganzen Axt ist hier schon drin. Alter, aber das ist schon ein fettes Ding, ey. Ja, wir wollen mal reingucken in den Lachs. Ja, weißt du, wie du schon sagtest, ne? Guck mal, es sind halt schon viele Teile, guck mal hier. Das sieht nach Billet aus. Guckt euch mal diese fetten Bolzen hier an, die das Ganze zusammenhalten. Wo ist er? Ach ne, das sieht man von der Seite hier. Mensch, Nico! Was war das mal hier? Irgend so ein Ford-Bedöns ist das, glaube ich. Krass. Also es gibt einmal ein 8.8 Zoll Diff. Das ist das kleinere, sag ich jetzt mal. Das ist das auch, was mein Motorbauer zum Beispiel hat. Klar, das hätte auch massig gereicht. Das wird aber auch, kennst du diese hässlichen Ford-Achsen, wo diese ganze Stängel da ist? Das wird auseinander geschnitten und dann in einer Flansche dran gemacht. Ist immer gebraucht und über General überholt. Das hat dann glaube ich 3000 Dollar mehr gekostet, dafür hätte es den Nagelneuesten das Größte. Ja, dann hab ich gesagt, gut, dann ist es halt so. Hast du jetzt, ne? Kommt's auch nicht mehr davon. Nein, ne! Riecht schon so lecker. Ah, siehst du? Okay. Kein. Ähm. Boah. Weißt du, das heißt, man muss doch nix... Alter, das ist aber schon groß. Doch nix mehr einstellen oder so? Einfach nur ranstecken. Genau. Weil der eigentliche Axtrieb, so ne? Siehst du, zwischen dem Teil und dem Teil, ist schon eingemessen. Deswegen ist auch diese gelbe Farbe da drauf. Wo sie geguckt haben. Achso, okay. Und das Diff ist ein Wavetrack. Genau. Okay. Doktor Case. Ne, Wavetrack hab ich für den Lambo tatsächlich auch. Das Besondere bei Wavetrack ist, das ist eigentlich Lamellendiff. Also da sind schon Lamellenscheiben drin. Muss ich grad an unsere Aurobar bei Mitzler Bergwand, die gefragt habe, ob du mal kurz gucken kannst, was so ein Diff drin ist. Und das ist mir so, ah, das hab ich in Lambo auch drin. Ich so, irgendwie fährt sich's in den 5 Jahren ganz gut. Und hat's gehalten. Hat's gehalten. Hält gut. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, meine ich mich zu erinnern. Das Besondere bei Wavetrack ist, das hat auch nur Wavetrack. Das ist eigentlich eine Lamellensperre. Also wie eine Kupplung. Nur, dass die zusätzlich noch in Anführungsstrichen auch Anlauframpen haben, dass wenn ein Rad durchdreht, wird es noch weiter vorgespannt. Da gibt's bei Wavetrack auf der Homepage so eine Simulation, die können wir mal einblenden. Also schön zornig. Ja, der Vorteil ist, bei einem Thorsendiff muss immer beide Räder belastet sein. Wenn eins in der Luft ist, passiert gar nichts mehr. Und hier ist der Vorteil, dass es eine Mischung aus Thorsend und Lamelle ist. Das heißt, selbst wenn ein Rad mal in der Luft ist, sperrt das trotzdem noch. Und du steckst halt hier wirklich nur noch den Deckel am Ende. Die konnte ich auch auswählen, welche das sind. Und das waren jetzt auch die Männerversionen. Den müssen wir auch noch einmal hier einführen. Guckt euch mal an, wie massiv das hier alles ist. Wie willst du das kaputt kriegen? Das sieht aus hier, als wenn wir das aus dem MAN rausgezogen haben. Das ist schon massiv, oder? Ja, guck dir so diese Brücken an. Ich finde aber auch, dass das Rad an sich ist schon zornig. Also ich kenne die bei uns vom LKW. Aber guck mal, der Halter hat er dir zwei gegeben. Ja, ja. Er hat Rabatt gegeben. Hab's doch noch Rabatt. Weiß ich, aber die Gemäse. Genau gleich, ne? Ja, ja. Ich glaube auch. Jawoll. Ja, dann kann ich wenigstens hier einen dran lassen, die ist schon mal schwarz. Ganz cool, Mann. Wo ich die so geil finde. Also, so finde ich super. Ja, genau. Ja, das ist ja Seidenwatt, oder? Seidenwatt. Das heißt, das gab es auch mit verschiedenen Übersetzungen? Bestimmt. Ja, das ist 411. Ist ja aber wie Limo, ne? Müsst ja auch, glaube ich, 411 sein. Ja, kann man immer so nicht sagen, weil es hängt natürlich von der Getriebeübersetzung aus. Ja, ja, ja. Aber praktisch ist schon eigentlich 411, ja. Machen wir mal Andenslein auf, bei den Dämonen an. Ja, ja, nochmal. Grenners. Oh, was gibt's denn da noch? Ja, nochmal diverse Schrauben und so. Ja, mein Gott. Das ist hier so Puzzle. Die sind schwer, ey. Oh, Gott sei Dank. Ich habe sie fast eingepresst. Weil Ami anzustellen kannst du auf jeden Fall direkt erstmal zerlegen. Und Pro Fabrik schicken. Weil die ersten, die ich hatte, die waren hier sofort rostig. Aber das sieht schon mal besser aus. Ja, okay. Und das ist halt der geile Ami-Shit. Jetzt darf man nicht vergessen, so ein Pärchen Antriebswellen für hinten kostet bei Drive-Shift-Stoft auch mittlerweile schon zweieinhalb, glaube ich, ne? So, weil du hast halt Radnarben. Und guckt euch mal diese Radnarbe an, ne? Nee, die Arminale gibt's ja hin. Alter, das ist halt auch schon echt eine Radnarbe. Alter, da hier mit Stäbeholzen. Ja, okay, sieht man jetzt nicht so einen Unterschied. Von der Dicke halt mal oder so, dass man's nutzt. Ja, stimmt, ein bisschen. Aber du musst mal in eine andere Richtung. Ja, am Ende geht's nur darum, dass die Verzahnung ist sowohl länger als auch größer. Und dann ist das Besondere, das haben wir damals, das kommt ursprünglich, glaube ich, als allererstes hatten die GTRs das. Und bei Limo hinten hatte ich's damals dann auch. Man schiebt in... Das ist das eigentliche Radlagergehäuse. Boah, ich heb doch eine von oben, ne? Ins Radlagergehäuse. Das schiebt man wie so eine Art Anziehungswellengelenk. Komplett. So ist das eigentlich im Radlagergehäuse. Und du kannst später, wenn du willst, kannst du hier einzeln die... Also du hast wie zwei innere Gelenke. Es sind zwei innere Gelenke und das macht das halt so krass massiv. Weil dieses Gelenk wird man hier niemals... Aber auch die Welle, wie fett die Welle ist, ne? So, man sieht halt generell, egal welche Verzahnung hier dran ist. Fett, Fett, alles Fett. Ist gefühlt... Gefühlt das innere Gelenk noch am dünsten, ne? Hier gibt's ja noch eine dicke Aufgewölzen. Hier gibt's ja noch eine dicke Aufgewölzen. Aber Philipp baut dir das alles schon zusammen. Ja. Wenn's schon mit dem Satz anfängt, kannst du erst mal das zerlegen und zur Kumpel schicken. Ja, ich glaub mittlerweile sind's besser beschichtet. Ich hatte da, wie gesagt, mal welche von die waren. Die waren wirklich sofort rostig und hat sich geärgert. Ja. Hier brauchst du noch einen Aufkleber? Ja, der klebt sich so ein Ding da drauf. Vor allem der hier, der schon gefühlt keine Ahnung wo ihn geknickt ist. Ich glaub, das ist jetzt auch immer begeistert sein, glaub ich. Aber das ist halt bei Alu immer geil, ne? Das gleiche hatte ich aber bei Limburger vor zehn Jahren schon einmal. Die war scheiße, ist deine Zahnung gerissen, ne? Genau. Auch ne Aluwelle. Jetzt muss man dazu sagen, die war vom Aufbau her ganz anders. Weil Limburger hat ja nicht diese... Du hast ja am Ende wie ne Antriebsfellen gelenkt. Und das passt von der Passung her nicht. Und die Welle war nicht zentriert, also... Warte, ich hab doch hier schon abgemacht. Achso. Danke. Warum ist das jetzt gut, dass die aus Alu ist oder besser? Dabei geht's eigentlich nur darum, das Rohr wird natürlich umso stabiler, je größer der Durchmesser ist. Und der Durchmesser ist natürlich... Also es wird wahrscheinlich so sein, dass ein gutes Alu in dem Durchmesser stabiler ist als ein Stahl. Also Stahl wäre auch viel zu schwer. Deswegen einfach nur Alu, ne? Das ist 100 Millimeter. Und schwer ist er nicht, ne? 42 km, bitte. Was halt geil ist, dass auch sowas hier alles, ne? Dass halt das wirklich alles gebaut ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich Alu eher verbiegen kann. Sehr Alu-Spröde. Also normalerweise ist Stahl das, was am besten federt. Deswegen macht man Antriebswählen auf jeden Fall aus Stahl. Und die... Genau. Und ein hohles Rohr kann sich auch nicht verbiegen. Ein hohles Rohr wird immer aufplatzen. Das macht eher immer... Aufplatzen? Krass. Ich hätte eher so Spaghetti-mäßig verdrehen. Zusammen drehen. Ja, das kann natürlich auch sein, dass sich zusammen dreht. Aber es kann nicht jetzt irgendwie krumm und wieder gerade und federn und so. Oh Gott. Das wäre bei einem vollen Material, das kann sich auf jeden Fall besser. Besser verdrehen. Das ist schon... Aber ich würde sagen, bevor sich ein hohl Material zusammendreht, glaube ich trotzdem, dass es eher aufplatzt. Okay. Aber... Das ist ja schon gesetzt hier, ne? Da kommt der Onko wieder drauf. Oh, gar nicht. Alter. Sopranotrad. Sopranotrad. Alter, das ist asozial. Wenn die Kaderwelle dicker ist als das Getriebe. Hahaha. Da wollen wir den Auspuff. Geil ist halt, das muss man einfach sagen, wenn das wirklich am Ende jetzt so passt, dass auf einen Millimeter Kaderwelle lang genug Getriebe drin ist und so weiter, ne? Das ist halt schon geil, ne? Wieder Tuning-Treff bei Watson. 1500 Newtonmeter, oder? Äh, 1700. Das war jetzt die zweitgrößte. Okay. Jetzt sag ich doch mal so rein. Ja. Auf Plastik, ne? Ja. Meinst du, ich baue jetzt die Kaderwelle zwei am Wochenende dreimal auseinander, oder was? Aber auch, was auch ganz geil ist, überall spezielle Schrauben bei, ne? Also speziell im Sinne von... Hochfest. Ja. Guck mal, da gibt's extra Warnhinweise für Kalifornien. Weil Kalifornien da so... Weil die auch streng mit allem sind. Hätte ich nicht gedacht. Muss noch besser sein als hier. Streng heißt ja nicht bescheuert, ne? Doch! Tilten! Ja, okay. Soll ich dir sagen, warum die so viel kann? Ungefedert? Ne, zwei Scheiben. Ja. Aber nicht wie wir sonst immer haben 200 Millimeter. Mhm. Sondern zwei Scheiben mit 2,40 oder so. Das ist eigentlich auch hier, ne? Das ist schon alles massiv gebaut. Guck mal, wie sie selbst hier... Normalerweise ist da so eine Feder dazwischen. Ja. Und hier sind von diesen Tangential-Federn einfach mal... Tangential? Vier Blättchen. Ja, Tangential, weil außen am Kreis. Klar. Deswegen Tangential. Ne, deswegen... Das ergibt sich doch schon von... Ja, ich weiß. Tangente. Tangente. Also nicht die Kneipe hier im Ort, ne? Ja, ich würd schon sagen. Okay, wie... Haben die was gesagt, wie das hier so fährt? Wahrscheinlich gut, ne? Manche haben das... Haben die Kupplung in schwächerer Version drin, sagen, fährt wirklich, wirklich gut. Und gar nicht so 0 oder 1, wie man es erwartet. Sondern... Weil... Was halt immer gut ist, ist großer Durchmesser, viel Fläche. Mhm. Und was tatsächlich auch beim Anfahren viel aufnimmt, ist wenn die Scheibe nicht einfach nur Vollmaterial ist. Sondern wenn die... Wenn die Kupplung zugeht, hast du ja diese krasse Pressung hier zwischen und der nächsten Scheibe, wo du es hungert. Und wenn dazwischen ein bisschen was ist, was ein bisschen Kraft aufnehmen kann. Ah, okay. Dass das so ein ganz bisschen... Das, was deinen Fuß nicht federn kann, die Kupplung dann nicht federt. Ja. So, wenn das hier einfach nur so ein Metallklotz ist, auch Metallklotz, dann ist das halt so richtig krass, wirklich, ne? Ja, aber die kann schon was, die Kupplung, ne? Das sieht man schon... Krass. Ist halt schon ein fettes Ding auch, ne? Ja. Muss man einfach mal so sagen, ne? Also dagegen ist alles andere schon so eine Spitzerkupplung. Danke, höre ich nie. Passt alles zu deiner 4,5-Asie-Tüte, die da drunter hängt. Die Tüte, er mag die immer noch nicht. Boah, aber geile Qualität, ne? Guck mal, hier so alleine schon so... Beschichtet, ne? Ja, alles mit Phase. Ich weiß nicht, ob das beschichtet ist. Irgendeine... Ich würde sagen, dass es beschichtet ist. Ja, irgendeine... Irgendeine Behandlung, dass es nicht rostet, ist da auf jeden Fall drauf. Ja. Gut, diese. Ja, ja. Einmal das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, ich hoffe es. Toll, wenn das nächste Paket für 24 kommt, kannst du gerne wieder anrufen. Machen wir auch gerne wieder auf. Das nächste wäre Bildloch. Naja, aber ich kann es schon irgendwo verstehen. Weil guck mal, darfst du ja nicht vergessen, was hast du, du hast für deine alten Teile... 30. Selbst, wenn wir jetzt einfach mal sagen, selbst angenommen, du würdest nur 10 oder 12 für kriegen, ne? Achso, das war auch alles mit DIV-Antriebswellen. Ja, genau. Kupplung, Kardanwelle. Aber gebraucht alles, ne? Volles Programm. Ja. Aber Originalteile. Ja. So. Angenommen, du fängst jetzt an, die Wellen zu bestellen, für das originale DIV hinten eine Sperre zu bestellen, und so weiter, ne? Kommt halt auch noch alles wieder da. Genau. Du holst das Getriebe einmal. Genau. Du holst das Getriebe. Wenn du Teile kriegst. Dann bist du am Ende ehrlich gesagt auch bei 20. Ja. Muss ich auch sagen. Wenn. Wenn du es so rechnest. Das sind halt, ne? Auch mit Alu-Kardanwelle. Und dann kommt halt noch dazu, wir sind halt einfach Profis im Schönrechnen. Ja. Das stimmt. Grabe Glück. Also eigentlich ist man boh, wenn man es nicht kauft, ne? Ähm. Nein. Wir wollten euch einfach nur ein bisschen mal Unboxing zeigen hier. Glaube ich, ist ganz cool. Um einfach mal zu zeigen, was bei anderen Autos Tuning-mäßig so geht. Weil braucht man sich wirklich nichts vormachen, bei einem europäischen Auto in der Größenordnung ein Kit zu bestellen. Mhm. Wird glaube ich schwierig. Ja. Da kriegt man mal vereinzelt eine Kupplung, vielleicht mal vereinzelt eine Kardanwelle, ein Diff oder eine Antriebswellen, aber alles von allem. Aber geil, dass der Typ sich quasi aus seinem eigenen Auto, ähm, aus der 6 Sekunden super sein Business so aufgebaut hat. Ja. Und wenn ich so die Preise sehe, glaube ich auch, dass er ganz gut davon durchgehen wird. Wenn man so auf Internetseite guckt, da kann ich natürlich viel mal viel posten, ne? Keine Frage, aber ich glaub das schon. Okay, das heißt, Plan ist jetzt, das alles zusammenstecken? Dann auch so fertig bauen. Dann müssen wir nochmal Kabelraum machen. Kabelraum, Bremse, Steuergerät, paar Kleinigkeiten noch. Und dann geht's weiter. So. Zwischenstand? Motorraum? Nö. Das kommt beim nächsten Mal. Aber eine Sache müssen wir euch ab und nur mal zeigen, guckt euch nur. Wir verabschieden uns mit diesem Blick, wenn ihr von hier so guckt, mit diesem ganz dezenten Wagner-Kühler. Was ist das? 150? 155. Boah. Schon geil, ne? Ich kenn auch wirklich kein anderes Auto, wo man einfach mal einen 155mm-Kühler oder so... Musst du aber auch so viel aus der Stoßstange rausschneiden, ne? Aber Stoßstange, also das ist nur so ein Gewohnkitter drin. Ja, ich wollt grad sagen, jetzt guckt euch unten raus oder so, ne? Weil das, also der Wagner-Kühler kann schon was. Der kommt auch direkt mit Anschluss auf? Auf Vibrant, genau. Kannst du bestellen, wie du willst, ne? Mit Schlauch. Was gibt Wagner da leistungsmäßig vor? Alles. Alles. Er sagte, wenn du den kaputt kriegst, fertig dir einen, der immer erhalten wird. Geil. Also die kleine Stufe davon ist 70 dick, bin ich der Meinung, und er sagt damit schon 1200 PS. Mhm. Er sagt hiermit jenseits 2000. Und Druckrohre beide 89, ne? Genau. Aber guck dir an, wie schön das hier alles wird. So ein typisches Auto, was dann halt über die Nordschleife geht, ne? Zum TÜV machen jetzt. Du willst ja so. Du willst ja so. Ja, Nordschleife nicht, aber halt mal eine ab und eine entspannende Kaffeefahrt. Nein, ich mein jetzt wegen TÜV machen. Achso, ja. Wegen TÜV machen. Ja, aber das muss nicht auf Nordschleife. So, aber irgendwo, ne? Ja. Ne, geil. Kannst du stolz drauf sein. Cooler Umbau. Danke. Ich glaube, so der Traum, wie jeder sich eine Supra bauen würde. Aber man muss halt auch immer dazu sagen, viel Arbeit, viel Fleiß, ne? Weißt du selber, jeden Tag hier buckeln, machen, tun. Ganz wichtig dabei ist auch immer die Geduld zu haben, das Stück für Stück zu bauen. Das kriegen halt viele nicht hin. Hatte ich aber früher auch nicht. Die hab ich erst mit dir gekriegt. Das muss halt auch so sagen. Ne, weil es ist ja so als Beispiel, jetzt könntest du, ich weiß, du könntest jetzt zur Sekunde anfangen und hinten die Radnaben einpressen. Mhm. Du wirst dir aber überlegen, scheiße, eigentlich hättest du sie doch gerne verzinkt. Ja. Weil wenn du jetzt anfängst und schon alles, alles verzinkt ist, dann will man die Sachen halt gerne auch noch verzinkt haben, ne? Stimmt. Und so kämpft man sich halt stückchenweise. Auch so Schrauben mit diesem bescheuerten Fett einsetzen und sowas da drin ist ja auch, dass da alles nichts mehr gambelt. Fett einsetzt. Ja, stöbert einfach mal ein bisschen auf der Seite von Grenis. Ist auf jeden Fall cool. Nachdem du es mir gezeigt hast, hab ich selber auch ein bisschen rumgestöbert mit Joni. Wir haben schon geguckt, was man für den Barren alles so ordern könnte. Weil theoretisch ist das auch Zeug, was für den Barren passt. Vollkommen übertrieben. Aber selbst da gibt es ein Conversion Kit. Also wir könnten auch von Grenis bestellen, ne humane Variante auf Schalterbock. Das GR700. So, ne? Und zack hat man auch da alles als Schalterbock. Und selbst das GR700 ist für über 1000 PS freigegeben. Ja. Sollte reichen. Ja. So, genug für heute. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar durch, motiviert Tom weiterzumachen. Guckt in Toms Motorraum. Genau, guckt in Toms Motorraum bei NCRM. Da hat sich eine Person in Deutschland wieder ganz was Wildes überlegt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschau.